Hallo Joko und Klaas, bitte findet euch pünktlich 12 Uhr an den Bavaria Studios ein. Bevor die heutige Showaufzeichnung startet, müsst ihr nur noch eine ganz simple Aufgabe erledigen. Meinen Berechnungen zufolge solltet ihr genau jetzt auf einem roten Strich stehen. Bitte folgt diesen bis zum Krabbeltisch, auf dem eure Ausrüstung liegt. Ich habe Minusbock. Wofür glaubt ihr ist das? Zum Anziehen, ne? Das sind Jacken und Schuhe und Mützen und Handschuhe. Das sind so Sachen, die wir brauchen, ne? Wie eure trüben Augen erkennen können, hat sich die betrunkene rote Sieben einmal quer über das Gelände der Bavaria Studios ergossen. Hier ist ein Stur drin. Eure Aufgabe lautet, folgt der roten Spur. Sie muss zu jedem Zeitpunkt von euch beiden mit mindestens einem Körperteil berührt werden. Der Strich darf nicht manipuliert oder verschoben werden. Solltet ihr aus Dümmlichkeitsgründen vom Strich abkommen, habt ihr drei Sekunden, um wieder in die Spur zu finden. Schafft ihr es bis zum Ende, erwartet euch eine Belohnung und die Aufgabe ist geschafft. Ihr habt knapp zwei Stunden bis zur Showaufzeichnung Zeit. Ja, witzig. Belohnung. Normalerweise ist die Belohnung ja, dass es endlich vorbei ist. Aber du meinst, äh... Aber heute gibt es offenbar eine Belohnung. Vielleicht gibt es Geld. Extra Geld. Das wäre ja schön. Das wäre schön, ja. Sollen wir loslaufen? Ja, dann... Ja, geh du mal vor. Ich muss dann ja so hinter dir laufen, ne? Nebeneinander ist ja nicht. Ja. Ist es fahren? Also mir macht das jetzt aktuell, wenn du so wissen willst, macht mir noch keinen Spaß. Jetzt geht die Scheiße schon los. Jetzt kann ja wohl nicht deren Ernst sein. Doch, macht doch Spaß. Also ich will jetzt nicht am Anfang der Aufgabe schon sagen, dass das unverhältnismäßig ist. Du, wir können... Also mach... Es ist schon sehr hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber würdest du da einfach drüber laufen? Ja. Okay, entschuldige, ich frage mich. Jetzt darf ich bloß nicht runterfallen. Das tut mir ja genauso weh. Ah ja, sehr gut. Schon wackelig? Das sind nur so ein Meter. Ja, so ein Meter ist das nur. Ja. Ja. Warum macht ihr das als allererstes? Damit es zumindest... Könnt ihr mir nicht einfach nur ganz kurz mal so ein Gefühl geben von ich kann was? So geht doch. Könnt ihr das nachher so krass vorspulen? Sollten wir machen, ne? Super! Na wirklich! Guck mal ihr Ficker, was der alles kann. Oh Gott, fix und fertig. Oh ne! Ach komm Joko, als wäre das das erste Mal. Was? Sie sind wirklich Leute, das ist doch Quatsch. Warum ist das so witzig? Hey Joko, kommt ein Auto. Arschloch! Ich halte, ich halte, ich halte, ich halte. Das ist das unnötigste Hindernis, das es überhaupt nicht vorstellen kann. Das ist witzig. Das ist hier, das ist wie Frogger. Kennst du das noch? Oh oh! Ja! Guten! Das ist gut, ne? Ja! Soll ich dich reinschubsen? Nein, bitte nicht. Oh, Scharpalter! Das ist unnötig. Okay, Joko, ich mach hier noch schnell ein Meme. Okay? Ja, mach mal.